Hier ist Officer General, Mega General, der Super-Army in Brookhaven. Achtung, Achtung an alle Bewohner von Brookhaven. Es ist ein Bürgerkrieg in Brookhaven ausgebrochen. Rette sich, wer kann. Jeder muss für sich selbst sorgen. Ich werde jetzt hier aus Brookhaven flüchten. Rennt um euer Leben und verteidigt euch. Wartet Leute, was hat er gesagt? In Brookhaven ist ein Bürgerkrieg. Schnell weg hier. Ich hole meine Waffe und jetzt geht's auf. Ich muss mich verteidigen. Let's go. Leute, schaut mal. Hier ist der Bürgerkrieg ausgebrochen. Ich bin schon gestorben. Oh Mann. Schaut mal an, aber ich muss mich rächen. Ich räche mich jetzt auch hier. Lasst mich alle in Ruhe. Was wollt ihr eigentlich von mir? Seid ihr alle aus der Adopt-Mehausen-Armee oder was? Lasst mich in Ruhe. Nein, sie haben mich getötet. Habt ihr das gesehen? In Brookhaven gibt es jetzt Gewehre. Schaut euch das mal an. Es gibt sogar einen Raketenwerfer. Und damit kann ich alle abschießen. Schaut euch das mal an. Nein, ich muss sie irgendwie flüchten. Ich muss sie flüchten. Sie greifen mich an. Nein. Oh, ich hab auch jemanden getötet. Ich hab Emily getötet. Es tut mir leid, Emily. Nein. Der böse Bürgerkrieg in Brookhaven. Ich muss schnell abhauen. Ich muss schnell abhauen. Schnell, schnell, schnell. Schaff ich das hier rein? Schaff ich das hier rein? Ah, ja, ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Schnell, 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 schnell. Oh, jetzt hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Es darf mich keiner erwischen. Es darf mich keiner erwischen. Folgen mich alle. Nein, 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 nein. Sie sind böse. Den muss ich... Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Leute, let's go. Ich muss hier irgendwo einen Highground suchen. Ich muss hier irgendwo einen hohen Punkt finden, wo ich mich irgendwo verstecken kann. Oder irgendwo anders einen Punkt. Ist das hier gut? Da unten sind sie ja. Den erwischte ich. Und Schuss. Da, jetzt nochmal. Und ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Let's go, Leute. Ich hab ihn gekillt. Ich muss hier hoch. Ich brauch einen... Nein, nein, nein. Sie haben mich entdeckt. Sie haben mich entdeckt, Leute. Let's go. Oh, 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 oh. Sie werden gleich hier sein. Sie werden gleich hier sein. Aber nicht, wenn ich sie vorher töte. Da. Hab ich sie erwischt? Nein, 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 nein. Da unten sind sie ja. Ich hab... Nein, wir haben uns gegenseitig getötet. Oh, Mann. Mist, Leute. Mist, 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 Mist. Mist. Achtung, Achtung, Babo. Ich bin auf deiner Seite. Egal, was passiert. Oh, oh, oh. Der Blonde ist auf meiner Seite. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind doch die Babo-Bande, oder? Eigentlich halten wir doch zusammen. Warum gibt es jetzt einen Bürgerkrieg? Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Mich hat schon wieder jemand umgebracht, okay? Warum ist Red eigentlich hier von Rainbow Friends? Das verstehe ich nicht. Oh, mein Gott, Leute. Habt ihr euch so Brookhaven mit Guns vorgestellt? Stellt euch mal vor, Brookhaven hätte wirklich Pistolen. Dann würde das immer so ablaufen. Dann könnten wir gar kein richtiges Roleplay mehr machen. Das wäre echt irgendwie doof. So. Ich schieße jetzt aber auch rum. Und wenn ihr mich hier alle umbringen wollen, dann schieße ich euch jetzt auch ab hier. Mir doch egal. Macht doch, was ihr wollt. Oh, Mann. Oh, Mann. Kann ich hier nochmal flüchten? Oh, ich habe die alle getötet. Nein, nein, nein. Schnell, schnell, schnell. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Nein, ich komme hier nicht hoch. Nein! Oh, Mist. Ich habe uns beide getötet. Es tut mir leid, Orlando. Nein! Von der Seite. Ey, das war von der Seite. Was? Ich bekomme einen Anruf. Ich bekomme einen Anruf von dem General. Babo. Babo. Nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht. Nur die Erdbeere und der Zocker Eluas sind auf deiner Seite. Alle andere sind böse. Okay, danke schön. Danke schön, Herr General. Ich passe auf. Ich passe auf. Wir müssen den Burkhaven-Krieg irgendwie beenden. Wir müssen irgendwie damit aufhören. So, Leute. Wir müssen damit irgendwie aufhören. Irgendwie müssen wir das schaffen, dass dieser blöde Krieg zu Ende geht. Aber wie können wir das schaffen? Wie können wir das schaffen? Ich muss erstmal in Sicherheit gehen. Ich muss erstmal... Sie laufen mir alle hinterher. Schnell. Ich muss mich verteidigen. Ich muss mich verteidigen. Ich darf hier nicht sterben. Ich darf hier nicht sterben. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Ich stecke mich hinter dem Schild. Ist das ein gutes Versteck? Ist das ein gutes Versteck? Nein, 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 nein. Nein. Okay, Leute. Wir haben unseren Spawnschutz. Wir müssen jetzt möglichst weit mit unserem Spawnschutz kommen. Max, Peace. Peace, Max. Nein, 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 nein. Nein, sie laufen mir wieder hinterher. Sie laufen mir wieder hinterher. Sie laufen hinterher. Oh Mist, oh Mist. Ich bin tot. Brookhaven mit Guns macht gar keinen Spaß. Man ist dauernd tot, ey. Vor allen Dingen, wenn dann alle hinterherlaufen. Aber jetzt, jetzt laufe ich in eine Richtung, die keiner, was keiner denkt. Ey, die verfolgen mich ja alle schon wieder. Ich muss hier weg. Um die Ecke. Let's go. Um die Ecke. Ich bin um die Ecke gegangen. Nein. Sie hat mich erwischt. Emily. Emily, Peace. Emily, komm. Komm. Nein. Emily hat sich vor mich gestellt. Schnell, 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 Leute. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Man muss immer den High Ground haben. Nein, 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 nein. 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 Lass mich doch in Ruhe, Mensch. Ich will doch nur friehen. Ich will doch nur friehen. Nein. Ja, ja. Die verteidigen mich. Verteidigen die mich? Hinter den Hintergrund schnell. Schnell, 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 schnell. Ich verstehe mich hier. Nein. Sie hat mich gefunden. Nein, 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 nein. Oh. Ich gehe wieder hoch. Ich gehe wieder hoch. Nein, sie sind wieder da, Leute. Irgendwo ist hier doch ein Sniper, oder? Ich bin tot. Ich bin einfach schon wieder tot, Leute. Wir müssen eine Abstimmung machen. Wir müssen eine Abstimmung machen. Leute, wer ist für Frieden? Wer ist für Frieden? Alle, die für Frieden sind, die kommen mal zum Spawn und schießen nicht rum. Okay? Alle, die für Frieden sind, die kommen zum Spawn und schießen nicht rum. Das war keine gute Idee. Jetzt werden wir hier alle umgebracht, oder was? Ey. Ey. Was soll das denn? Okay, da gibt es ein paar Leute. Da gibt es ein paar Leute, die sind ganz und gar nicht für Frieden, sehe ich. Ich sehe das doch. Ich sehe das doch. Die wollen gar keinen Frieden. Die wollen gar keinen Frieden. Die wollen einfach nur, einfach nur Gewalt. Das, das, das finde ich gar nicht in Ordnung. Das finde ich gar nicht in Ordnung, aber, aber jetzt bin ich hier Sniper, Leute. Hä? Jetzt bin ich tot. Die kamen von hinten an, diese Idioten. Die kamen von hinten an. Sie verfolgen mich auch alle, ne? Ich glaube, weil ich aussehe wie, wie Bapu. Wenn ich jetzt mein Skin ändere, wenn ich jetzt auf einmal so ganz unschuldig aussehe wie Aberok, dann werden sie garantiert nichts machen, weil Aberok ist doch richtig cool, oder? Und das Hashtag Team Aberok, das hält auch zusammen. Ah, sie laufen mir hinterher. Okay, aber sie schießen mich nicht ab. Das ist schon mal sehr gut. Dann schieße ich die auch nicht ab. Ey, wer hat mich denn... Da unten, haben sie mich erschossen, oder was? Da haben sie mich erschossen, oder was? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie oft ich gestorben bin. Das ist gar nicht in Ordnung. Er hat sogar Mia umgebracht. Er hat sogar Mia umgebracht. Wie gemein. Ey, was soll das? Okay, ich habe jetzt einen anderen Skin. Jetzt kennen die mich nicht mehr. Das muss ich mal irgendwo wegschleichen. Ich denke nicht, dass die mich erkennen werden. Denn alle Leute, die mir jetzt gerade hinterher rennen, die denken wahrscheinlich, ich bin eine ganz normale Katze und ich bin nicht Bapu. Ich glaube, die wollen mich gar nicht umbringen. Ich glaube, das wollen die gar nicht. Nein. Nein, nein, nein. Ihr wollt das doch gar nicht. Bringt euch doch lieber selber um. Lasst mich doch lieber in Ruhe. Lasst mich doch... Lasst mich doch... Lasst mich doch lieber in Ruhe hier. Ich gehe jetzt hier rein. Versuche ich irgendwie... Da vorne ist noch einer. Ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen besser abschneide bei dem Spiel. Aber anscheinend... Anscheinend haben es alle auf mich abgesehen irgendwie. Dann, 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 dann ist das so. So, Leute, schau mal an. Ich habe mich jetzt hier als Mami Longlegs auf der Brücke verschanzt. Und jetzt versuche ich alle hier auf die Brücke zu kommen und mich umzubringen. Aber das muss ich verhindern. Ich muss das verhindern. Oh, Leute, ich habe hier zwei Eingänge. Da vorne ist schon einer. Da vorne ist schon einer. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Nein, 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 nein. Da sind alles mögliche an, Leute. Nein, 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 nein. Nein, nein, ich spreche hier runter. Okay, ich spreche hier runter. Okay, das wird mir hier zu heikel. Das wird mir hier zu heikel. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 sie schießen mich ab. Sie schießen mich ab. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich muss abhauen. Nein, 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 nein. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss flüchten. Davon. Die kommen von allen Seiten. Sie kommen von allen Seiten. Let's go. Ich muss mich verteidigen. Ich nehme jetzt hier den. Die Noob-Waffe hier, den Rocket Launcher, den habe ich auch. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, Leute. Geh mir aus dem Weg. Nein, 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 nein. Nein, ich bin tot. Leute, okay. Ich bin tot, Leute. Ich bin tot, Leute. Ich würde sagen, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann ist das Video vorbei. Okay, ich muss noch einmal sterben, dann ist das Video vorbei. Einmal nur noch. Okay, habt ihr das verstanden? Let's go, Leute. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Die dürfen uns nicht finden. Die dürfen uns nicht finden, Leute. Die dürfen uns nicht finden. Die dürfen uns nicht finden. Da oben ist jemand. Da oben ist jemand. Ist hier noch jemand? Ich muss mich verschanzen. Ich muss in Sicherheit bleiben. Ich muss in Sicherheit bleiben. Nein, nein, nein. Ich glaube, die haben mich gesehen. Nein. Ich glaube, die haben mich gesehen. Da hinten ist auch jemand. Mist, 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 Mist. Nein, nein, Leute, das Video endet, wenn ich... Nein, ich bin gestorben. Oh Mann, ey. Wer hat mich denn hier umgebracht? Oh Mist, oh Mist. Leute, es tut mir leid, das Video ist jetzt zu Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir jetzt dieses oder dieses Video an. Ciao.